Wir wollen endlich anfangen. Wir wollen endlich anfangen. Na dann fängst du mal los, Egon. In erster Linie brauchen wir ein Boot, ein Bus und 100 Ballons. Mensch, Egon, wir können doch hier nicht stundenlang halten. Hoffentlich haben sie dich nicht wieder verarscht. Die Ballons. Na endlich. Letzter war voller Pelle. Da sind sie. Ja. Immer rein spaziert. Nächste Station Mallorca und Schlachtefest und Palmen und Carmen Sevilla. Bist du bereit, Fred? Ja. Los. Oh, dann komme ich natürlich zu dir rein. Stehen bleiben möchte ich nicht. Ja, und wie ist es? Ich komme. Oh, ja. Oh, ja. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Danke. 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 Лee souvent « hannoarsiù…… ... Lugabarco?? Come vainen... … Bittertrensie to Vitefat in Schlesienbattle. Dear passengers, please change to the train to continue your journey. Bittertrensie to Vitefat in Schlesienbattle. Interessanter Streckenverlauf. Auf jeden Fall. Aus dem Glück sind die Straßen auch richtig breit. Ja. Das eine linksabbiegen war vorne so, hinten auch so. War spannend. aber bist ja ein Vollprofi. Aber so viel wie los war, bin ich mir sicher, dass die Österreicher Straße noch komplett offen ist. Sonst wäre deutlich mehr los auf der Umleitungsstrecke. Nächste Haltestelle, Tonkiewicz, Schülcampus. Nächste Haltestelle, Tonkiewicz, Schülcampus. Hallo, da drüben hängt gar keinen Kurs mehr. Ne, alles auf der Seite. Gut, dass ja eigentlich der Schülcampus ist, wie blaut alles. Ist hier oft dieselbe Haltestelle. Bloß in die andere Richtung. Wir müssen ja hier das Ding rumfahren. Danke. Gerne. Nächste Haltestelle, Johannes Friedhof. Mö маленьkische Haltestelle, Junge, Schülampfschule. Die Talen in die Richtung. Wah面 dringend. Ja. Mö j rättigend. Bis zum Bödem. Wiem. J poll. Wiem. J poll. Wiem. 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 Haltestelle, Johannes. Nächste Haltestelle, Lingenfelder Straße. Nächste Haltestelle, Lingenfelder Straße. Lingenfelder Straße. Nächste Haltestelle, Lingenfelder Straße. Nächste Haltestelle, Lingenfelder Straße. Lingenfelder Straße. Nächste Haltestelle, 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 Bodenlandstraße. Nächste Haltestelle, Bodenlandstraße, Bodenlandstraße. Nächste Haltestelle, Bodenlandstraße, 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 Bodenlandstraße. Nächste Haltestelle, Landbacher Straße. Nächste Haltestelle, Bodenlandstraße, 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 Ich bin aber dabei, dass du so nach Kurven eigentlich schon mal bist. Ja, das ist nach Kurven. So, aber bin ich hier wirklich angeschrieben. Das ist sehr gut. Ah, nee, bitte. Ich glaube, die Wurzeln kann man nicht sehen. Ne? Hier ist nie die 86 Uhr. Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Nein, aber muss ich jetzt raus. Ich glaube, das ist ein Haus. Dann muss ich jetzt noch mal ein nettes Besen. Das ist der EV4. Was ist das hier? Das ist der EV6. Also muss man einfach gehen. Genau. Aber das macht keinen großen Unterschied. Der fährt, wenn er eine Haltestelle geradeaus weiter... Soll ich das hier? Nein, auch beim EV4 meine ich jetzt nicht. Ach so. Also möchte ich wissen. Also mit dem EV4. Mit dem EV6 müssten Sie hier aussteigen. Mit dem EV4 können Sie noch eine weiterfahren. Vielen Dank. Tschüss. 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 Nächste Halterstelle, Langbacher Straße Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle Nächste Halterstelle Es gibt ein 모양quietschen Stade Nächste Haltestelle, Friedhofloben. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ja, 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 ja. Nächste Haltestelle Alt-Neupen. Hier erreichen Sie einen Mobilpunkt. Hier haben Sie einen Mobilpunkt. Vielen Dank. Nächste Haltestelle Berthold Hauptstraße Berthold Hauptstraße Nächste Haltestelle Gierke Strasse Gierke Strasse Man kann schießen, aber muss man nicht, und am meisten schießt man immer an der Reise. Man kann schießen, aber das ist eine Ausfahrt, und an der Reise, die man in der Reise geht. Meine Eltern sagen nichts dazu, ich darf sie gehen. Ja! Rollt das so ab und hoch. So, hast du jetzt schon statt von 50? Ja. Nächste Halterstelle, Straße des 17. Juni. So, mach. Guck. Schlech. Wirklich? Pfiot. Schlech. So, wenn ich? Also ... warte mal ... Ich kann zum Beispiel gerade den Bus, ich kann dir dann auch gleich, ähm, schießen, ähm. Wir haben, ja, wir haben doch wirklich lange, so ein, zwei Minuten. Nein. Nein. Ja. Guck nach oben. Ja, ja. Da gehören doch einfach viel halt. Nein. Wir fahren auch noch mal. Ja, ich weiß ja mal, ich weiß ja mal, ich weiß ja mal, ich weiß ja mal, ich weiß ja. Ah, ich hab ja mal was raus. Blicken. Wer denkt gerade oder nicht? Ich glaube, das wird gerade gerade. Nein. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wenn wir uns das mit Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Haltestelle, S-Bahnhof Liga-Siedlitz, Übergang zum Regionalverkehr. Endstation, the service ends here. Nächste Haltestelle, S-Bahnhof Liga-Siedlitz, Übergang zum Regionalverkehr. Nächste Haltestelle, S-Bahnhof Liga-Siedlitz, Übergang zum Regionalverkehr. Nächste Haltestelle, Laubegast, Kronstädter Platz. Hier erreichen Sie einen Mogipunkt. Nächste Haltestelle, enquêtezlitz, Übergang zum Regionalverkehr. Nächste Haltestelle, R food chain, Dubergang zum Echipnitz, Übergang zum Echipnitz, Übergang zum Echipnitz. Nächste Haltestelle, S-Bahnhof Liga-Siedlitz, Übergang zum Echipnitz, Übergang zum Echipnitz, Ubergang dem Echipnitz. Nächste Haltestelle, Ulreich Kronstelle, Säun switching sich um, und schießen wir uns im Echipnitz. Nächste Haltestelle Neumener Straße Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Neumener Straße Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Neumener Straße Die Bahnstraße Nächste Haltestelle, Thymian Park. Nächste Haltestelle, Thymian Park Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle, Thymian Park Nächste Haltestelle, Thymian Park Nächste Haltestelle, Thymian Park Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020